Hallo und herzlich willkommen wie Freunde zu einer wunderschönen neuen Stream-Ankündigung hier am Sonntag. Heute Abend geht es mal wieder rund, liebe Leute. Wir werden ein bisschen Hearthstone spielen. Und ich will euch mal wieder fragen, Leute, auf was habt ihr Bock? Ich hätte gerade momentan genug Gold für eine wunderschöne Arena. Das heißt, wir können uns da ein bisschen reinstutzen oder aber wir spielen ein bisschen Ranked. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das gestern gesehen habt oder so, da kam ja die Folge mit dem wunderschönen Heal-Lock raus. Oder Heal-Zoolock, wie er ja immer noch eigentlich heißt. Und ich fand eigentlich dieses Deck so cool, dass ich das in letzter Zeit doch sehr, sehr gerne spiele. Und tatsächlich mit euch da auch sehr, sehr gerne ein bisschen ins Ranked reingehen würde, wenn ihr da Lust drauf hättet. Müsst ihr mir aber, wie gesagt, einfach ein bisschen genauer sagen. Start ist wie immer zwischen 20 Uhr und 20 Uhr 30 auf YouTube und Twitch.tv. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit dabei seid. Und wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr denn gerne sehen würdet. Ich bedanke mich hier mal recht herzlich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag auf jeden Fall noch. Und haut rein bis heute Abend dann. Tschö, rülü.